So, wahrscheinlich stecken wir hier einfach mal im Farmschuhl fest, Leute. Ich zeig's euch schon mal. Wahrscheinlich, das ist so. Unter, unter. Druck, ja, da guckt mal. Pass mal auf, Leute. Guckt mal, wir stecken einfach zwischen dem Ding hier fest, Alter. Ey, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Voll still. Wir hören uns vielleicht nochmal und ja. Hallo, wir stecken hier immer noch fest. Hallo? Warte, Musik! Hör mal, Leute. Ey, was ist die Scheiße, Alter? Was macht die Kaffee von Angst? Ey, Leute, ich hör. Alter, jetzt sind wir hier mit der Mobilfunkabteilung, oder was? Hallo, wir sind hier stecken geblieben im Fahrstuhl. Genau. Wir sind, glaube ich, zwischen den Abteilungen, wenn wir hier sind. Wie bitte? Dann schicke ich jemanden zu Ihnen und ich melde dich vielleicht nochmal, wie der Redaktion hat er heute. Okay, alles klar, danke schön. Bitte, ich muss die Anlage weiterfragen, dann ist der Fall noch mal kurz auf die Kaffee. Wie bitte? Weil die Anlage weiterfällt. Er hat jetzt noch mal hier rausgesetzt. Ja. Ich kann mir nochmal kurz auf die Kaffee sagen, dann kann ich es bringen. Alles klar, okay. Tschüss. So, wir haben es ja gerade gehört. Wir haben wieder telefoniert. Und stecken hier immer noch fest. Also, es ist auch ein Videobeweis jetzt, ja. Weil, äh... Also, heim, wie ihr wisst. Ja, okay, okay, Leute. Alles klar, wir hören uns vielleicht nochmal einfach. So, wir stecken immer noch hier fest. Äh, halbe Stunde hat er gesagt, dauert es bis jemand kommt. Und das ist jetzt schon mindestens 20 Minuten her. Wir stecken immer noch hier. Ja, ein bisschen. Die Tür ist offen. Brutal hier drin. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich bin komplett fertig. Und, ja. Ihr könnt auch nochmal hier sehen, was hier steht. Winzen lieber mit einem Kopf weg. Ey, so krank hier. So krank hier, Leute. Äh, ja. Guck mal, Leute, warte mal. Hör doch mal auf. Ich will das gerade mal zeigen. Ich will das gerade mal zeigen. Ich merke jetzt so ein bisschen der Absturz. Digger, da auf, Dom! Ich will das doch nur zeigen. Ey, Leute, rät einfach mal auf. Wir sagen es dir nur noch, dass du es machen willst. Rast es immer noch nicht. Ja, ja, okay. Ich bin schon in der Lage. Was, dann müssen wir das Beste aus dieser Lage machen. Ja, mach ich das. Ich hab vorher wehpacken. Eugen, sag mal Hallo. Hallo, Eugen. Sag mal lauter Hallo. Du Homo. Ey, Eugen, hör auf, da was zu machen, Alter. Ich schwör, lass die Tür zu. Ey, ich bin hier noch lebend rauskommen. Uff. Ja, ja.